Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man Fliesen auf Fliesen verlegen und somit die neuen Wandfliesen auf die alten kleben kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich schon mal diese Wandfliesen richtig verlegt, weswegen ich mir auch sicher bin, dass die auf keinen Fall hohl sind. Das bekommt man mit dem Klopfen von so einem Holzstil zum Beispiel relativ gut raus und somit sind die natürlich auch tragfähig und mit der Wand ordentlich verbunden. Wäre das Ganze jetzt zum Beispiel hohl bzw. locker, dann macht natürlich über Fliesen hier keinen Sinn und da müssten einfach die alten Fliesen rausgenommen werden, was natürlich deutlich mehr Aufwand und auch deutlich mehr Dreck bedeutet. Bevor wir die neuen Fliesen verlegen, sollten wir auf jeden Fall mal störende Silikonfugen am besten mit einem Cuttermesser ordentlich entfernen und natürlich auch benachbarte Bauteile bzw. Gegenstände, die nicht dreckig werden sollten, mit so einem Greppband hier ordentlich abkleben. Danach geht es noch darum, dass wir auf jeden Fall mal noch eine ordentliche Haftung auf unseren alten Fliesen herbekommen und deswegen müssen diese unbedingt sauber bzw. staub- und fettfrei sein. Das bekommt man am besten mit einem speziellen Entfetter wie zum Beispiel Isopropanol und einem einfachen Tuch super hin. Die Fliesen sind sauber und auch wieder trocken, da das Ganze relativ schnell verdunstet und jetzt geht es mal darum, dass wir noch einen speziellen Haftgrund für Fliesen auftragen, damit wir natürlich auch eine ordentliche Haftung hinbekommen. Deswegen am besten einmal so einen Spezial Haftgrund erst durchmischen und danach mit einer einfachen Farbrolle ganz einfach über Kreuz auftragen. Bei mir ist alles richtig vorbereitet, natürlich habe ich auch in den Fugen drinnen grundiert und jetzt müssen wir laut Hersteller das Ganze einfach mal für circa drei Stunden trocknen lassen und dann können wir nämlich auch schon unsere neuen Fliesen ganz einfach drauf geben. Falls sich bei dir das Ganze jetzt in einer Dusche befindet, dann würde ich sicherheitshalber aber mal noch, wie in einem extra Video gezeigt, eine spezielle Abdichtung hier drüber legen, da wir natürlich nicht wissen, ob unter den alten Fliesen auch schon fachgerecht abgedichtet wurde. Drei Stunden sind rum, weswegen ich meinen Fliesenkleber auch mal auf meine alten Fliesen drauf geben kann. Danach noch mit einer passenden Zahnkelle zur neuen Fliesengröße einmal abziehen und wir können unsere Fliesen auch schon richtig verlegen. Ich persönlich bin übrigens ein großer Fan von einer Kombination aus solchen Fugenkeilen und einem Nivelliersystem. Dadurch bekomme ich auf jeden Fall gleichmäßige Fugen und natürlich auch schön gerade Fliesen hin, die nicht irgendwie leicht überstehen. Und wie das Ganze jetzt übrigens richtig funktionieren, auf was man noch beim Wandfliesen bzw. Bodenfliesen verlegen achten muss, dafür habe ich natürlich auch schon ausführliche Videos auf meinem Kanal. Und somit haben wir auch schon Fliesen auf Fliesen richtig verlegt. Wenn du dir für zu Hause übrigens einen fetter Spezialhaftgrund oder natürlich auch eine Zahnkelle zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.